1920 hatte Robert Stolz einen seiner frühen kompositorischen Erfolge. Als Untertitel trägt das Werk die Bezeichnung Orientalischer Foxtrott. Nun ist es so, es gibt keine orientalischen Foxtrott. Wenn man das Stück dann allerdings hört, muss man sagen, das ist ein orientalischer Foxtrott. Hören Sie nun mit einem Text von Arthur Rebner, Robert Stolz Salome Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Still durch den Sand der Sahara dahin die Karawane sich zieht. Welche der Forscher, der Jung aus Wien, führt in ein neues Gebiet. Plötzlich am Rand der Oase erspäht, was er geschaut nie zuvor. Er sieht ein Weib, das hier oft in sich dreht zu der Araber Chor. Salome 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 Musik Musik Salome Reicht in Mund mir wie Blut so rot Lalei Deine Küsse sind süßer Tod Musik 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 Applaus Musik 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 Musik